Mein Bezirk in 30 Sekunden. Heute Thema Müll in Meschenich. Die Probleme am Kölnberg sind bekannt. Weniger bekannt sind den Menschen hier am Kölnberg die Politiker selbst, die für diesen Bezirk zuständig sind. Die Bewohner haben zunehmend das Gefühl von der Stadt und der Politik mit ihren Problemen und vor allen Dingen mit dem Müll alleine gelassen zu werden. Ich fordere eine Taskforce Kölnberg, also gemeinsame Einsätze von Polizei, Ordnungsamt und sogenannten Mülldetektiven, die die organisierte Müllkriminalität und die illegale Müllentsorgung hier konsequent verfolgt.